So, dass er hin vor der Achse von dem Wind soll. So, dass er hin vor dem Wind soll. So, dass er noch nicht ganz viel Schlamm reingekriegt hat. So, dass er hin zur Nähe von der Achse von dem Wind soll. So, dass er hin zur Nähe von der Achse von dem Wind soll. So, dass er hin vor der Achse von dem Wind soll. Untertitelung des ZDF, 2020